Anno 2001 kam mit Phantasy Star Online das erste große Konsolen-MMO auf den Markt. Auch ich habe damals als Phantasy Star Fan, der die Offline-Geschichten gespielt hat, natürlich sofort zugegriffen, mir das Game aus den USA importiert, mir extra für teures Geld eine Dreamcast-fähige Tastatur gekauft und dann auch sehr ausführlich gespielt, aber da habe ich gemerkt, dass ich nicht wirklich der MMO-Spieler bin, ich lieber bei den Offline-RPGs unterwegs bin und ja, meine Liebe zu Phantasy Star Online hat nur knapp zwei Wochen angehalten. Ich kann mich an ein Ereignis noch erinnern, da habe ich mit einer Gruppe von drei Italienern knapp zweieinhalb Stunden in einem Dungeon verbracht und irgendwie war es das dann für mich und ich habe es nie wieder angefasst. Letzten Endes hat es aber dazu geführt ein klein wenig, dass ich ursprünglich den Nachfolger Phantasy Star Universe hatte liegen lassen, als der Ende 2006 rausgekommen ist für PS2, PC und Xbox 360, aber nachdem ich mir einige Zeit später meinen ersten eigenen HD-Fernseher gekauft habe, war Phantasy Star Universe das erste Rollenspiel, was ich in HD gespielt habe und es mir deshalb auch ziemlich positiv in Erinnerung geblieben ist. Im Gegensatz zu Phantasy Star Online hatte Universe einen entscheidenden Vorteil, neben der Online-Komponente, wo man natürlich auch weltweit mit Leuten gemeinsam spielen, Dungeons erledigen und Gegner umnieten kann, gab es einen ausgewiesenen Offline-Modus, der so ein klein wenig wie eine TV-Serien-Staffel aufgebaut war. In zwölf Kapiteln, jedes knapp eine Plus-Stunde lang, gab es jeweils ein Intro und ein Outro, eine teilweise in sich abgeschlossene Geschichte, die aber auch auf die größere Storyline gewissen Einfluss hatte und das war eine relativ neuartige Struktur und da habe ich mich da hauptsächlich rein verbissen. Inhaltlich macht Phantasy Star Universe jetzt nicht allzu große Luftsprünge, die Geschichte rund um den jungen Kadetten Ethan Waver, der während eines Angriffes einer mysteriösen Alien-Flotte sich den so genannten Guardians anschließt und dann in den Kampf zieht gegen Pflanzen, die gehirnmanipulative Pollen ausstrahlen. Die ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe von AI, war aber interessant genug und hat so einen gewissen B- oder C-Movie-Serien-Charme gehabt, auch durch die Struktur, wie alles aufgebaut war, dass ich eigentlich ganz gerne drangeblieben bin. Das Gameplay ist natürlich abstrahiert von dem, wie das Online-Game funktionieren wurde, aber mit ein bisschen stringenterer Dungeon-Auswahl und dass es eben nicht so ultra lange dauert, wie man normalerweise online dann gehen kann. Es gibt eine relativ große Varianz an Locations, die Dungeons selber sind relativ weitläufig, sind auch rappelvoll mit Gegnern gefüllt. Das Kampfsystem ist in Echtzeit, wie es im Vorgänger auch gewesen ist, mit einer ziemlich einigermaßen großen Varianz an Nahkampfwaffen und auch an Schusswaffen, die über ein Menü gesteuert werden können. Ein bisschen unangenehm war es, dass man den Lock-On jederzeit selbst mit dem Finger festhalten muss, also es gab keine Taste, wo man fest einrasten kann. Jedenfalls meiner Erinnerung nach nicht. Aber so wie die Story aufgebaut war, so wie man inhaltlich das Zeug erledigen konnte, ich bin gerne da drangeblieben und wie schon erwähnt, es war das erste RPG, was ich mit meinem damals neuen HD-Fernseher gespielt habe, sodass das für mich ein einigermaßen einschneidendes Erlebnis geblieben ist. Heutzutage muss man mal gucken, ob man Phantasy Star Universe direkt noch empfehlen kann. Die 360-Version sollte man für ein Apple und ein i bekommen, wenn ihr daran interessiert seid, online zu spielen. Die Server wurden bereits vor längerer Zeit abgeschaltet. Da ist man wahrscheinlich ein bisschen besser damit bedient, nach Phantasy Star Online 2 zu gucken, was in Deutschland nicht offiziell gestartet ist, aber man mittlerweile über internationale Server da reinkommen sollte. Nichtsdestotrotz hat Phantasy Star Universe immer noch einen Platz in meinem Herzen und wird dementsprechend gewürdigt.